Da ist meine nächste Karte, der dritte weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Carsten, was gucken wir uns hier bloß an, ey? Die Duelle sind so schlecht und die Dialoge mega wack. Das war doch erst mal die erste Folge der Staffel. Ja, da gucken wir uns. Ja, natürlich. Also, die zweite wird es rausreißen, glaube ich. Oh! Welche Karte, du süß! Ich, solange ich meine Freunde habe, werde ich dieses Duelle gewinnen. Zeit für eine neue Folge Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Harahim? Carsten, ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Genau genommen eine Staffel Yu-Gi-Oh! Es wird Zeit für ein Duelle! Okay, Bro! Carsten, du wirst heute deine Seele verlieren! In einem Duell! Legen wir los! Zeit für ein Duell! Carsten, bist du bereit, deine Seele zu verlieren? Dann fange ich jetzt an! Und ich habe genau das, was ich brauche! Ich habe genau das, was ich brauche! Ja! Hier ist sie ja! Hier ist sie ja! Los, mein nächtiges Monster! Wow! Dank seiner besonderen Fähigkeit darf ich jetzt einmal ziehen! Wie langweilig! Ich habe dir nun meine Macht demonstriert! Defende meinen Zug! Mein Zug! Genau die Karte, die ich gebraucht habe! Ich beschwöre mein Monster! Ja! Lumix FZ1000! Im Antrittsmodus! Dazu spiele ich diese Zauberkarte Stativ! Das Stativ erlaubt mir, dich direkt anzugreifen! Nein! Doch! Nein! Ich dreife dich direkt an! Blitzlichtattacke! Du hast gedacht, das hat mir geschadet! Es hat mich nur noch mehr motiviert, dich fertig zu machen! Genau die Karte, die ich brauche, um das Spiel zu beenden! Ich spiele zweiten Schlauch! Was ist zweiter Schlauch? Zweiter Schlauch erlaubt es beiden Spielern einmal zu ziehen! Das war ein guter Zug! Danke! Und nun Carsten, wird dich meine antike Edelstahl Shishat direkt angreifen! Oh nein! Nein! Deine Lebenspunkte sinken! Dein Spiel fängt an zu stinken! Jetzt spiele ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug! Ich bin drauf! Genau die Karte, die ich gebaut habe! Ich spiele Sprühnebel! Nein! Erlaub mir, die Angriffspunkte deiner Shisha auf Null zu senken! Nein! Das kannst du nicht tun! Doch! Das kann ich! Und du kannst es auch nicht mehr aufhalten! Aber lass mich einen letzten Zug ziehen! Sprühnebelattacke! Deine Shisha hat jetzt 0 ATK! Ich lege noch eine Karte verdeckt und beende meinen Zug! Du denkst, nur weil du die Angriffspunkzahl meiner Shisha auf Null gebracht hast, hast du mich aufgehalten! Aber ich bin unaufhaltsam! Ich ziehe! Sehr gut! Ich aktiviere meine Fallenkarte! Shisha Meister! Mein Shisha Meister erlaubt es mir, dein Sprühnebel außer Kraft zu setzen und meine Shisha bekommt ihre gewohnten 1900 Angriffspunkte wieder! Du weißt, was jetzt kommt! Du bist komplett ungeschützt! Ich werde dich jetzt auf den Friedhof schicken! Shisha-Doch-Attacke! Nicht so schnell! Du hast meine Fall aktiviert! Ich aktiviere Ventilator! Nein! Nicht diese Karte! Doch! Diese Karte! Ventilator! Los! Dach meines Ventilators! Wurde der Angriff auf dich umgelenkt! Nein! Das darf nicht wahr sein! Nein! Doch! Nein! 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 No! Aaaaaaah! Entschuldige Bro! Bis zum nächsten Mal.